Oh Gott, das ist ein Plakant. Wer beginnt? Ah, schön gemacht. Hallo, Busch. Nein, 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 nein! Hör auf so runterzappeln, ich will dich doch mal runterschmeißen. Oh mein Gott, ich hab Spawn. Nein, natürlich! Jetzt geht's! Nein, 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 nein. Schon wieder. Die Steuerung ist so wabbelig. Das ist so furchtbar. Komplett schwammig. Ja, total. Aber irgendwie mag ich das auch. Nein, 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 jetzt schon wieder schmeckt. Guck mal, hallo, hallo, ich hab hier was. Alter. Alter, lass mich doch los. Nein! Die Celebration. Faceplant. Gott, ich steh direkt in der Hand. Ey, es ist gar nicht dein... Jedes Mal auf dieser scheiße Plattform. Ich nehm jemanden und schmeiß mich runter. Und ich spring, ey. Das ist ja schon das dritte Mal. Ja, tu es. Zweimal... Mach's so wie ich vorhin. Ich übergebe Push an euch und ihr stürzt euch zu dritten. Nein, 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 nein. Nein! Du Arg. Ich hab... Oh mein Gott, das geht doch nicht. Oh Gott, oh Gott, nein, 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 nein. Alter. Nein, 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 nein. Hey komm Papa, ich schmeiß einfach den runter. Ähm, hallo, hallo, nein, aus wie? Nein, 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 nein. Okay, bye bye, das gibt's nicht. Das ist ne geilsten Move. Best Move in game. 11 of 10. 11 of 10. Ähm. Wer, wer? Oh, komm hoch. Hey komm her Schmiede. Ähm, hallo, lass, lass das Plakat los. Lass los. Lass los. Lass los. Ich setz nicht los, lass uns sein. Nein. Neien. Was? 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 Das ist doch du! Wir hängen da einfach, wir hängen da einfach drüber, wie so Würfel im Auto. Okay, jetzt muss ich mich entscheiden. Komm herr, leg dich nicht hin. Nicht schon wieder. Nein. Alter. Ich bin aber nur so die Kälte. Ich spaß dich immer voll ab. Lass mich los. Nein. Nein. Oh Gott, ich bin echt. Oh Gott, Deno. Einmal mit Profis. Was für ein Ding? Oh Gott. Lass mich los. Nein. Ich will nicht. Nein. Irgendwie häng ich noch. Ja, du hängst noch. What the? Lass mich los. Okay. Nein. Alter. Alter. Kommt ihr klar? Oder so? Eher nicht so. Das schlumme ist, ich kann meine zweite Hand nicht nehmen zum Greifen. Nimm eine linke Hand, das ist die stärkere. Komm her, komm her, komm her. Ich push unten dringend. Lass mich los. Oh Gott. Push ist unten dringend. Ja. Lass doch, Alter, mal mein Cape in Ruhe. Leut ich's noch oder so? Nein. Nein. Nice. Come on, me bro. Schön. Ich fände das zu geil. Jetzt stehen sie da. Peter. Peter, mach doch einfach mal die Stahlseile ab. What the fuck? Ah. Ah. Ich bin schade. Nee, anderer Container, anderer Container. Ja. Ich bin zu pushen rüber. Nein. Ah. Oh Gott, nein. Nein, nein. Ich hab dir nichts getan. Ich hab dir nichts getan. Nein. Lol, was? Er kann zu flach einfach fallen. Oh Gott. Lasst mich doch los. Ich will auf einen anderen Container. Oh, mein... Ja. Uuuuuh. Uuuuh. Uuuuh. Doch, jetzt ist dein Problem, Peter. Rieck ich hin. Oh, Gott. Ja, hinterher das... Nein, nein. Nein, wie er dran hängt. Hahaha. Hm. Ich seh nicht, wo ich bin. Der Tür innen dritt. Echt jetzt? Oh, nice. Schick, sobald die Tür geht, lass ich los. Spreng doch nicht, spreng. Hahaha. Was machst du? Hahaha. Geh doch zu, du blöde Tür. Nein! Hahaha. Ich hasse dieses Spiel. Ja. Hahaha. Hahaha. Und ich brauch ne Kippe. Schnell. Nooo. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. What the fuck? Fuck. 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 Hahaha. Ich hab schon an der Tür und nix. WHAAAT? Nein! 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 Scheiße! Gerade wo ich springe bewegt sich der Container, Alter. Spring ich mal! Das passiert, wenn ich springe. Ey, du musst das noch gedrückt halten. Ja, hab ich! In die Jump gedrückt halten, sprinten? Ne, wenn du kletterst. Du. Ja, trotzdem. Oh Gott, das macht mir zu viel Angst. Oh Gott! Ich war gerade irgendwie auf mit einem anderen Charakter. Ich war ohne FK. Stürzt sich direkt in den Tod. Do it, Peter, do it! Ich versuch's! Er ist einfach zu anhänglich. Ja, Mann! Nein! Ja, Mann! Ja! Ja! Der ist eigentlich der Kranführer hier. ich hab mir das die ganze zeit angeschaut